ja da wären wir wieder zu einem neuen stream willkommen schaut gerne in der zweiten seite der beschreibung vorbei wenn du das auf youtube seht da gibt es nämlich entsprechende links zu meinem hauptkanal wo auch hier videos von kommen und regelmäßig vor allem von anderen projekten also ja gerne mal reingucken und ich hoffe das fängt sich jetzt hier langsam ich habe das nämlich schon eine ganze zeit im hintergrund offen minecraft und deswegen kann es sein dass der hier seine probleme hat ich hoffe mal jetzt stürzt es nicht ab ich wollte einfach nur die chunks neu laden ja ich warte mal kurz ok geht's ich hoffe und vor allem das ops auch nicht überlastet ist wieder das wäre wichtig solche solche inseln mal abreisen irgendwie machen die zwar amplified aus aber keine ahnung ich mache das auch mal weg ich wollte heute paar bestimmte sachen schaffen aber erstmal können wir natürlich nebenbei so zum reinkommen auch wieder ein paar sachen hier verschönern sei jetzt ausleuchten oder ja hier die blöcke setzen ne wie wir es öfter hatten ist halt immer wieder so ein ding aber warte mal wie ist denn das jetzt mit endermen ich muss das noch mal testen wir spielen ja hier auf einfach genau ich habe die mob sound zurzeit ausgestellt deswegen nicht wundern nimmt sich jetzt irgendwer von denen block hätte doch selbst schon jemand gemacht oder bei der menge also es sieht gut aus weil ich hatte neulich mal ein bug in irgendeinem anderen projekt ich glaube tiny ca 10 war es da hatten wir auch mal auf easy gestellt vielleicht war es auch noch ein anderes ich habe gerade nicht die ahnung jedenfalls weiß ich dass ich noch geguckt habe ob er auf easy ist und war es tatsächlich und trotzdem haben die endermen die ganze zeit blöcke geklaut ja und das hat mich übelst gewundert ich wusste nicht warum und dachte mir oh nee aber wahrscheinlich lag das am plugin also ja es wird schon dann tiny ca 10 gewesen sein wo dann nämlich ein plugin installiert ist da kann man sich noch erklären so hier fehlen aber schon wieder viele alter haben die etwa gerade genommen habe ich so ein bisschen angst jetzt auch wenn es nicht sein kann weil ich das längst gesehen hätte wenn die dazu nehmen ja ich habe halt auch nicht alle ecken hier neulich angeguckt und überprüft so ich würde sagen wir kommen mal zum haupt thema des streams und zwar sollen hier hinten noch ein paar häuser hin habe ich mir überlegt aber ich weiß noch nicht wie wahrscheinlich direkt an den hauptweg damit er auch einen sinn hat die grundstücke bleiben die sind einfach unbesetzt und hier kommt noch mal so ein größeres haus hin ich weiß aber noch nicht wie und wo warte mal hier ist das structure block was ist wenn ich das jetzt hier setze muss ich ja so reinsetzen ich kann nicht setzen ach habe ich liegt das etwa daran dass ich weil ich kein op hatte ich dachte im game mode kann man die immer setzen als ob ok ja dann gericht laden erst mal hier ne oder da ich dachte schon ersetzt das jetzt direkt ne jedes mal angst ok das wäre auf jeden fall falsch aber es würde innerhalb dieses kastens passen ne vielleicht mache ich ja hier einen weg hin nochmal warte mal wie ist hier der abstand eins dann kommt das so und äh so oh ne ey was wollen die denn vor allem ich bin im game mode 1 da sollten die doch erst recht nicht kommen die viecher so machen wir gleich mal hier bisschen was voll nehmen wir mal ein paar mehr von den büschen hatten wir eher an anderen stellen auch zum beispiel hier sind übelst viele sowas das auf so ja das Ne, stimmt schon wieder falsch. 1280. Das ist schon wieder falsch. Muster sind die... also warte mal, ich bin hier verwirrt. Ist das hier vorne? Hä? Wieso zeigt das nicht an? Ich bin da auch fertig. Achso, weil ich das das erste Mal gesetzt habe. Ich muss hier auf 270 und spiegeln gehen. Nee. Hä? Bitte nicht da hinsetzen, ey. Ganz ehrlich. Ah, jetzt... Dann geht das aber hier zweit rüber, das heißt, wir müssen noch einen rüber. Genau. Na toll. 270, so... laden. Hä? Hä, wo ist es? Ich hatte das. Achso. Gericht. Hä? Okay. Dann geht's also hier einen drüber und da auch. Also gemessen an dem... Da ist es. Okay, ja. Das passt, oder? Soll ich das noch einen nach hinten verschieben? Ich meine, hier ist es ja zwei, ne? So. Kann ich das rückgängig machen? Ich glaube, ich brauche nicht fragen, ne? Natürlich nicht. Film. Dass ich das aber auch immer falsch mache. So. Ne, jetzt hier hin. 270. Laden. Okay. Laden. Okay. Dann machen wir... ... 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 So. Ne, stimmt, jetzt müssen wir auf 90 gehen und erst mal schauen, es könnte stimmen. So. 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 Lass' ich dann da stehen, das Loch. Das hier sieht nicht so gut aus, wenn das da so unfassig ist. Aber ich lass' jetzt so... Ich mach' das mal beim nächsten Mal. So, eigentlich wollt' ich ja nachher Infinity streamen, aber ich mach' jetzt doch lieber Tiny Aura, würd' ich sagen. Ich glaub' das passt mir heute besser. Ob ich morgen streame, weiß' ich übrigens noch nicht. Hm, also wenn ich morgen streamen sollte, dann wäre mein Zeitfenster nur sehr begrenzt. Und da bin ich mir doch unsicher, zumindest. Ja, ich glaub' das kann ich eh nicht, weil ich dann lieber vorziehen würde, für Sonntag schon ein Video zu schneiden. Das wär' mir wichtiger, als jetzt einen Stream noch hiervon zu machen. Beziehungsweise hiervon, äh, würd' ich eh keinen Stream machen. Sondern eher ein anderes Projekt, Holzklotz oder so. Ach, das kann ich auch Sonntag im Prinzip. Deswegen mach' ich ja jetzt noch, äh, hier was. Eigentlich wollt' ich nämlich heute eventuell keinen machen. Ähm... Also ich hatte halt hin und her überlegt. Ich wollt' schon, ne, weil... ... es sich vor allem jetzt mit Tiny CA auch anbietet. Die Map hab' ich einmal hier. Aber ich glaub' ich mach' jetzt auch einfach Tiny Aura statt Infinity. Das ist dann... ... ne gute... ... ein guter Kompromiss. Wenn ich morgen nichts mach'. Da könnte ich nämlich nur am Laptop normalerweise streamen. Und naja... Äh... Da spiel' ich sonst am liebsten immer Tiny Aura oder solche Vanilla-Projekte. Abgesehen von Tiny CA9, was ja... ... ne Ausnahme darstellt. Äh... Das spiel' ich auch nur hier an dem PC. Aber... ... weil ich die Welt eben... ... sehr schwer nur transportieren kann. Jedes Mal ne halbe Stunde warten... ... aufs, äh... ... Kopieren vom... ... PC auf den Stick. Und nochmal ne halbe Stunde vom Stick auf den Laptop. Ist mir einfach zu viel. Und rückwärts dasselbe. Äh... Das lass' ich bleiben. Ganz einfach... So, ich mein' gut auf die Festplatte weiß ich nicht. Vielleicht geht's da schneller... ... zu kopieren, aber... ... ich will jetzt auch nicht jedes Mal extra die Festplatte anschließen. Ja, ist schwierig. Und ich glaube, so viel schneller wird das auf die Festplatte auch nicht gehen. Sonst wär' das ja noch... ... ne diskutierbare Variante. Hm. So... Ja, das Grundstück hier, das ketzel' ich so ein, ne? Passt ja eh. Also da mach' ma' die Umrandung bis dahin. Äh... Ja. Äh... Ja. Kann ich ja auch noch da drunter setzen. Vor allem die Redstone-Blöcke noch. Hm, das wird ja lustig. Ja. 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 Ja, ich will jetzt schon noch... Ich werde das dann lange vorwärmским combinen vitalen. Ja, ich werde das jetzt noch noch vertreten. Nichts. Ich werde das so kurz in den Beineitung im hyvin. Ich werde das so kurz vorwärmen. Ja. Ich werde das so kurz vorwärmen. Ja. Das war's. Ja, die Redstone-Blöcke lasst da drunter mal. Die kann man sich irgendwann nochmal angucken, wenn man Lust drauf hat. Warum auch immer. Ah, hier das Ding, das hält einen ganz schön beschäftigt, ne? Der ganze Park. Was denn jetzt? Wieso hört die Musik auf und das Spiel freezed? Das ist übelst gruselig, ich denke da PC-Sturz ab. Habe ich gar keinen Bock jetzt drauf. Na, ich glaube, ich wechsle mal rüber zu Tiny Aura. Ich mache schon mal einen Zauber an. Ah, und wehe, ich kann nicht joinen, weil hier irgendwas spinnt. Mein Internet. Ich gehe nochmal auf Trennen. Mit Absicht jetzt und wieder verbinden. Oh ne, jetzt verbindet er sich mit dem anderen. Na, ich gehe erst mal hier offline kurz.